Aber lange dürfen Sie nicht bleiben. Er hat doch sehr viel Blut verloren. Wie steht es sonst? Wir haben zwei Spritter entfernt, die Sehne ist genäht. Wenn keine weiteren Komplikationen eintreten, kommt das alles in Ordnung. Wie lange wird es denn dauern? Tja, es braucht alles seine Zeit. Zwei bis drei Monate vielleicht, bis er wieder fliegen darf. Und darf er denn rauchen? Besser noch nicht. Also.